So, die zweite Runde kann nach ein paar Problemen beginnen. Richtig, hatten ja gerade schon einen Anlauf, aber durch B-Sync mussten wir nochmal neu starten. Ja genau, und ich war haushoch am Gewinnen, aber naja macht ja jetzt nichts. Dem darf man nicht nachweinen. Ja, ja. Okay. Obwohl es jetzt wieder gut für dich anfängt, eigentlich. Ja, wie immer halt. Okay, aber es geht nicht gut, oder? Wollen wir schauen? Nein, nein. Okay. Schade. Das ist ja fast noch schief gegangen, die Aktion. Wieder zurück. Und wieder weg. Nein. Okay. Gutes Spiel. Man merkt schon, du bist ja besser, aber... Jetzt weine ich doch den letzten Kampf nach, den ich ganz bestimmt gewonnen hätte. Tja ja, so ist es aber... So ist das Leben halt. Weil je nach den olympischen Gedanken dabei sein ist ja bekanntlich alles. Ja, und... Weil ich ja nochmal betonen möchte, dass du nichts entschieden hast. Und ich möchte betonen, dass ich die zweite Runde immerhin geschafft habe. Also in die zweite Runde. Ja, das stimmt, ja. Nicht so wie gewisse andere, die... Oh, das könnte was werden. Ah ne, reicht noch. Ah, das reicht nicht mehr. Wie schlecht. Das war schön dreckig. Das war... ...ein Profi-Zug mit... ...mein Profi-Skits... ...und Backpack. So. Okay. Okay, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Okay, was war das jetzt? Du bist scheinmal nach oben geflogen, weiter in der Luft. Ach... Jetzt musst du natürlich auch gut cheaten, damit du gewinnen kannst. Ja, ist ja klar. Ich übernehme gerne mal die Kontrolle des anderen im Kampf. Ich dachte, an so einer Stelle fällt's nicht auf. Ach, das war's. Okay. So. Nein, das war jetzt dumm von mir. Okay. Aber ich schaffe es. Ja, ich schaffe es nicht. Ah, ich werfe dich immer in die falsche Richtung, aber... Das war eine sehr schöne Kombo. Ja, eigentlich obstinkt. Entschuldige. Nein, das ist schon okay. So. Aber ich will dich wenigstens noch ein bisschen schädigen. So. Ich glaube... Ja, selbst. Das sollte drin sein. Naja, vielleicht machst du ja noch ein paar Fehler und... ...ich werde dann... ...diesen... ...was ist das? Ach... So. Ist dir aufgefallen, dass voll viele an diesem Turnier Kirby spielen? Ähm, ja. Aber... ...ich hab mal jemanden gefragt, der eigentlich recht gut in Super Smash Bros ist und... ...sie hat gesagt, dass... ...eigentlich Fox der beste sein sollte. ...sollte... ...wohl der Köpfe von Falcon... ...und Kirby eigentlich schlecht ist, aber... ...keine Ahnung. Ich weiß nicht, Kirby fliegt relativ leicht weg, aber er kann sich dafür auch gut retten. Ja. Aber dafür ist er auch etwas langsamer als dein Fox. Das kann gut sein, ja. Das kann gut sein, ja. Aber ich bin einfach langsam. Kann auch sein. So, nachher. Okay. Okay, weg auf. Das ist ziemlich glücklich. Da, schon wieder. Okay. Okay, sieht ziemlich schlecht für mich aus, aber... ...zum. Man weiß ja nie. So. Ja doch. Ah, verdammt. Ich dachte, du bist schon so. So, okay. So. Damit hast du ganz klar gewonnen. Ich gratuliere dir und wünsche dir mal viel Glück im weiteren Verlauf des Turniers. Ja, ich danke dir und... ...ja, bedanke mich auch für das Spiel. Es hat Spaß gemacht und... Ja, für dich auch. Es hat mich gefreut gegen dich zu spielen. Mich auch, obwohl... ...du ziemlich viel besser warst. Also... Ja. Viel Glück weiterhin und... ...bis dann. Bis dann.